Was ist von der Neujahrsklausur der SPÖ in Klagenfurt zu erwarten? Dazu schalten wir jetzt in unser Landesstudio nach Linz zum oberösterreichischen SPÖ-Chef Michael Lindner. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung und für das Gespräch. Beginnen wir gleich beim schwierigen Thema Migration. Da wird ja jetzt versucht, in Klagenfurt bei dieser Klausur eine einheitliche Linie zu finden. Aber wie kann denn eine einheitliche Linie überhaupt gelingen, wenn der, der hier am striktesten auftritt, nämlich der burgenländische Landeshauptmann Doskozil, gar nicht anwesend ist? Schauen Sie, wir werden uns um die Themen kümmern, die die breite Mehrheit der Menschen bewegt. Ich komme aus oberösterreich, wir haben den 3. Jänner und seit gestern bekommen die Gaskundinnen vom Landesenergieversorger Vorschreibungen mit einer Vervierfachung des Gaspreises. Wir sind in einer Zeit, in der sich diese Inflation in alle Lebensbereiche durchfrisst, von den Lebensmitteln über die Mieten, über die Betriebskosten. Und das sind die großen Themen, die wir an die erste Stelle ersetzen werden in diesen beiden Tagen. Aber natürlich auch uns um jene Themen kümmern, die den Menschen zusätzlich unter den Nägeln brennen. Und da gehört natürlich die Integrationspolitik dazu. Sie haben es angesprochen, die Integrationspolitik gehört dazu. Da gibt es ja seit Jahren einen Richtungsstreit innerhalb der SPÖ zwischen Liberaler eher, also wenn man Richtung Wien blickt, bis zu eher restriktiv. Wenn man ins Burgenland schaut, welche Linie soll sich denn jetzt Ihrer Meinung nach durchsetzen? Für mich gibt es eine relativ klare Linie seit mehreren Jahren, wo wir klar sagen, Integration vor Zuzug. Wir brauchen einen starken EU-Außengrenzschutz, aber auch legale Fluchtmöglichkeiten, die man vor Ort organisieren muss. Und mir geht es vor allem darum, dass wir Integration ordentlich organisieren. Ich habe vorgeschlagen, vor einigen Wochen ein verpflichtendes Integrationsjahr für alle Asylwerberinnen in unserem Land, weil es nützt uns ja nichts, wenn wir immer nur von Integration reden und die ÖVP seit Jahren in Wahrheit Integration verunmöglicht. Es geht darum, gute Rahmenbedingungen für eine gelingende Integration zu organisieren. Da versagt die ÖVP und da werden wir auch über Konzepte diskutieren in diesen zwei Tagen. Trotzdem liegen eben die Positionen auch innerhalb der SPÖ auseinander. Jetzt ist der burgenländische Landeshauptmann nicht dabei. Bedauern Sie das, dass er nicht nach Klagenfurt kommt? Ja, es ist schade, dass er nicht bei unseren Sitzungen dabei ist, dass er auch nicht in den Gremien vertreten ist. Mir geht es darum, dass wir diese Dinge in unseren internen Gremien diskutieren. Und ich glaube, es wird notwendig sein, dass Hans-Peter Toskozil zurückkehrt in die Bundesgremien, im Präsidium und im Vorstand. Und aus meiner Sicht ist das auch eine Aufgabe für die Bundesparteivorsitzende, auch dafür zu sorgen, dass Hans-Peter Toskozil wieder zurückkehrt in das Präsidium und in den Vorstand, weil wir sind gemeinsam stärker. Heuer gibt es ja gleich drei Landtagswahlen zu schlagen in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg. Ein besonders schwieriges Terrain für die SPÖ ist ja das Land Niederösterreich. Wird es hier gelingen, mit der aktuellen Positionierung Wählerstimmen dazu zu gewinnen? Ja, Sie sprechen mit mir als Landesparteivorsitzenden der SPÖ Österreich und ich glaube, die SPÖ Niederösterreich braucht von mir aus Linz hier heraus keine Ratschläge. Da müssten Sie den Landeshauptmann-Stellvertreter Schnabel fragen. Ich glaube, dass wir, wenn wir alle Themen offensiv angehen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, Teuerung, Energiepreise, Integration, dann können wir immer und überall Wahlen gewinnen. Laut Umfragen holt ja die FPÖ derzeit sehr, sehr stark auf. Wie will denn die SPÖ verhindern, dass nicht vielleicht dann doch blaue Wählerstimmen oder rote Wählerstimmen zu den blauen wandern? Ich glaube, es geht einfach mit einer klaren Politik im Sinne der Mehrheit der Menschen. Und die Menschen haben große Sorgen und Ängste vor den nächsten Monaten mit dieser galoppierenden Inflation bei den Lebensmitteln, bei den Mieten, beim Wohnen, bei den Betriebskosten. Und da haben wir die richtigen Ideen. Wir haben in den letzten Monaten den Takt vorgegeben, weil diese ÖVP nicht in der Lage ist, die Krise zu managen. Das zeigt auch, dass nur mehr 30 Prozent der Österreicherinnen dieser Bundesregierung vertrauen. Und da werden wir in den nächsten Monaten noch gute Konzepte auf den Tisch legen, wie man bei den Lebensmitteln, bei den Mieten einen Deckel draufgeben kann, damit die Menschen sich das Leben auch wieder leisten können. Mehr spricht hier der oberösterreichische SPÖ-Chef Lindner. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Aufgezeichnet. Aufgezeichnet.